So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich öffne... So, äh, wie heißen sie denn jetzt nochmal? Leute, öffne... Kennt ihr das, wenn ihr das wisst, aber doch nicht wisst? Öffne Vorratslieferung! So, das war das, was ich euch gebutt habe. Vorratslieferung öffnen. Und ihr seht schon, hier fallen gerade vier Stück gleichzeitig vom Himmel. Wenn ihr die Aufgaben natürlich machen wollt für die, ähm, sag ich schon, die geheimen Missionen, geht wirklich in Gruppenkeile rein, dann ziemlich am Ende. Ihr seht schon, hier fallen halt vier Stück direkt vom Himmel. Natürlich sind sie bei den meisten Spielern sehr beliebt. Erstmal wegen dem Loot und natürlich fallen die auch so schnell wie möglich die Aufgaben haben. Ihr seht, Achtung, und wieder gestorben. Also das ist halt echt knicklich, aber dem einen oder anderen wird bestimmt gelingen, die eine oder andere Kiste zu nehmen. Am schnellsten geht es eigentlich, wenn ihr in der ersten Zone seid. Und kurz bevor ihr die zu macht, ihr euch dann direkt umbringt, wenn die ersten quasi vom Himmel fallen. Weil ihr seht schon, alle Vorratslieferungen wieder weg. Und in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Aufgabe schon ein bisschen wieder weiterhelfen. Wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich gerne in der Playlist vorbeischauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein, wenn ihr wollt, gerne ein Like da lassen oder sogar ein Abo. Also, euch mal viel Spaß.